Kleiner Flammlachshalter, aber großartiges Geschmackserlebnis. Die Rede ist vom Fennig Shorty, dem kleinen Bruder des Edelstahl-Flammlachshalters von Fennig. Der kann eigentlich alles, was der Große kann, ist nur eben etwas kleiner, handlicher und auch schmaler im Preis. Auf dem Shorty seht ihr hier eine Lachsseite mit 750 Gramm. Die Befestigung ist genauso einfach wie beim großen Flammlachshalter. Einfach Klammern drauf, Halter drüber und festspannen und schon ist das Ganze bombenfest und kann an Feuerschale, Kugelgrill, Feuertonne oder worauf auch immer ihr grillt, befestigt werden. Auch als Plankensatz auf dem Gasgrill macht der Shorty eine gute Figur. Hier kommt der Rauch von der Fennig Räucherbox. Die kann entweder unter dem Rost oder auch auf dem Rost platziert werden. Für alle Besitzer eines Feuerplattengrills gibt es noch den Feuerplattenadapter. Dieser passt auf alle gängigen Feuerplatten bis zu einer Stärke von 15 mm. Einmal festgeschraubt sitzt dieser bombenfest und ermöglicht eine direkte Nähe zum Feuer, was bei vielen anderen Herstellern nicht gegeben ist. Selbstverständlich lässt sich hier auch der große Flammlachshalter befestigen. Unser Flammlachs sieht inzwischen von der einen Seite schon sehr gut aus, die andere ist noch etwas roh, aber auch den Shorty können wir einfach umdrehen und von der anderen Seite befestigen und so bekommen wir eine schöne gleichmäßige Kruste. Das sieht doch fantastisch aus. Dank der mitgelieferten Hitzschutzleisten können wir unseren Lachs jetzt heiß am Tisch servieren, nur noch die Halterung abnehmen und schaut euch das mal an. So muss das aussehen. Schöne Kruste, richtig schön saftig, ein perfekter Flammlachs. Wenn ihr jetzt noch die Halterung vorher etwas geölt habt, ist auch die Reinigung super entspannt und ich sage nur kleiner Flammlachshalter, schmaler Preis, großartiges Ergebnis. Mehr Info-Musik Untertitelung des ZDF, 2020